Hey, Sotelian hier. Je länger ich Hand spiele, desto besser und intensiver werden die Runden, weil man eben nicht mehr sofort umkippt und damit gibt es auch viele, viele coole Fights und deswegen gibt es heute zwei Raids in mehr oder weniger voller Länge, jeweils so etwa 15-20 Minuten. Die erste mit Josh und der zweite Raid ist nachher mit Buko, den ihr schon aus dem letzten Video kennt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Oh, hinter mir. Ja, das war nicht so. Ja, aber ich habe ihn gesehen. Oh, Spritze. Ich würde mir so feilgeräumt erstmal gehen. Draben von uns am Zaun. Zwei Hits. Hier links. Der andere ist hier am Zaun. Einer tot, die werden vorhin angegriffen. Also sie ist gestorben, ihn haben sie noch nicht. Der andere ist da unten. Ja, bin gesehen. Oh. Du wirst von links angeschossen, pass mal auf. Das andere Team, die sie getötet haben. Ja. Lass uns mal zurückfallen. Ja, ja, ja. Hier, die umlaufen uns. Einer hier unter der Brücke hat Hit. Die ist hier unter der Brücke? Ja. Kein Hit von meiner Latte bekommen. Einer ist hier unter uns drin. Ich habe ihn gehittet. Oh, der hat eine Shotgun. Okay, den habe ich. Okay, ich habe zwei. Ich hole dich. Die blockt dich. Der andere ist ja noch irgendwo hier. Der hat vielleicht seine Ding geholt hier am Zaun. Scheiße, jetzt fehlt mir ein großer Balken. Ja, Clues rot, Clues rot, Clues rot. Na? Sie hat wieder Hit. Hab sie wieder? Er ist irgendwo hier beim Haus. Ja, der. War unten? Ja, ja. Da am Eck. Ich krieg keinen Engel auf den Typen. Er ist nach hinten weg, glaube ich. Ne. Pfeffer. Da. Kommen wir hier runter? Ich habe keine goin. Niesningzeilen? Ich bedan. Er ist hinter dem Haus. er ist ja ja ich kann ihn nicht runter ist hier oben unbedingt muss das hier na ja und drei teams so tut wir müssen unbedingt den boss machen ich mir fehlt ein großer balken das ist da im haus wie das anhält das sind zwei auf dem dach noch einer liegt mir auf dem dach die hat ein windfeld oder steht er hier noch mal hoch kann ich den auf dem dach noch machen der mich gekillt hatte er kam damit der shotgun übers dach hier oben ist noch eine toolbox ich habe eine sticky gucken ob wir mit der spinne was anstellen können die sitzt da unten ah fuck was los ich habe auch noch eine ich warte bis sie schreit alter sie hat sich weggeduckt durch den hüttestuhl bekommen hat oh Das ist ein Wettbewerb, der Alte. Au! Das ist ein Wettbewerb. Scheiße. Irgendwie ein Hammer oder sowas? Ich geh mal schnell gucken. Aua, ja. Ich guck mich halt an. Ja, ich auch. Deswegen. Jetzt kommt noch ein Mensch. Ich messer die jetzt. Das ist wieder enraged. Also. Naja, es ist noch nicht so weit weiß. Wenn du irgendwas zum Leveln hast, schießt sie nochmal an. Alles gut. Ich brauche meine Balken wieder. Das ist wichtiger. Ich hab jetzt null Schuss in der Wind fehlt. Jetzt. Prüben sind ein, zwei Kisten. Ja, ist aber. Ich hab ein paar gelassen, die Special Armour sind. Und so. So, die anderen. Und dann den Exit. Und dann den Exit. Und dann den Exit. Ganz, ganz vielen Dank. So, wir tun noch Special Armour, ne? Oh. Und schon das dritte Mal. Viermal. 25. Dankeschön. Hier ist normale Munition. Ist noch ein Team da, ja, ne? Ne. Beim anderen Boss. Doch, doch. Ja, das andere Boss-Team ist noch da. Dann brauche ich auch keine Fallen mehr legen. Wir haben unseren Soll eigentlich erfüllt, ja. Mit zwei Teams. Ich gucke nochmal da vorne. Das ist auch keine Special Armour Box. Vielleicht nehme ich einfach eine andere Waffe von einem von denen. Ist auch normal. Ich hab ihre Winfield Marks mal genommen. Warte, war es das nie? Ah, ich bin voll jetzt wieder. Da liegt noch ne Upper Cut. Kann man natürlich mitnehmen. Oh, die ist aber komplett leer. Ja, ja. Das war ich gerade. Glaub ich. So. Aber die nehmen die Bounty nicht auf. Da unten. Oh, vielleicht sind sie schon hier bei uns. Ja. Ja. Da drüben. Ja, die Milin schon. Der ist Solo, glaube ich. Oh. Okay. Nee, ich glaube ich habe schon zwei laufen, ja. Ja, ja. Einer ist schon drinnen hier bei uns. Mhm. Draußen, tot. Nice, nice. Was? An der Tür? Andere ist ein bisschen weiter rechts. Hier, ich muss steppen. Wir können aufheben und scannen. Ja, ich bin oben. Ja, ich bin auch oben. Warte mal, ich geh runter. Der läuft hier unten. Au, Schotti. Okay. Hier draußen. Wirst du nur reingehen. Unter uns. Gehen wir raus? Ja. Leider jetzt auch eine Shotgun aufgehoben. Da drüben. Hab ihn. Treffer. Ist da hinten drin. Ich habe leider keine Engel auf ihn. Ich habe nichts mehr zu heilen. Ich kann nicht heilen. Jetzt kommt der. Sorry, Emo. Emo, 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 Emo. Emo, Emo, Emo. Ach, Emo, du bist ein Idiot. Hier bei der Tür. Achtung auf der Augenblieben. Ja. Fast tot. Der hat den Emo bei sich. Nee, nee, das war ich. Das war ich. Hat zwei Hits. Brennt. Genau, unter mir. Okay, das war nicht er. Das war nicht er. Den anderen habe ich gekillt. Der wurde aufgehoben. Nee, aber einer. Der ist noch hier mit seiner Romero. Muss aufpassen. Da vorne liegt ein Heilkit. Andere Richtung jetzt. Hinter dir. Da, genau. Rechts an der Tür. Kannst dich heilen. Ist doof. Nee, unten. Egal. Da kannst du nicht rein. Such dir mal was zum Heilen. Ja, ich würde aus dem Haus raus, weil der hat eine Romero pumpt dich sonst weg. Die sind aber beide schon da oben. Er hat ja ein Bountier, die können nicht einfach scannen. Ja, ja, können sie ja machen. Shit, du brennst. Ja, gerade aber er ist angezündet. Ich habe ihm 2-3-Beschuss aus nächster Nähe gegeben, dass er da nicht dead war. Kannst du noch ein bisschen nachladen, hast gerade ein bisschen Zeit. Hast du noch smoked? Ja, ja. Vielleicht wieder Abstand. Kommt hier rechts. Nice. Sehr schön. Dippelstück. Hast du. Kannst du rein. Ja, jetzt soll ich nochmal holen, ey. Ja. Jetzt zwischen den Holzstauben, wenn wir gerade rein. Ja. Alter. Hier ist es schön. Wahrscheinlich auch nichts mehr zu meilen. Er hat nachgeladen. Oh, ihr habt euch gegenseitig. Jetzt hat niemand beide Bounties. Ihr wart die letzten beiden auf der Map. So, damit habt ihr offiziell den Beleg, dass man locker innerhalb von 5 Minuten vergessen kann, dass der Gegner eine Romero hat und man gefälligst auf Abstand bleiben sollte. Richtig schade, denn das wäre die erste Doppel-Bounty gewesen an diesem Abend. Aber es hat halt nicht sollen sein. Aber genau deswegen können wir das Video hier nicht beenden und deswegen gibt es gleich noch einen Run und vielleicht läuft der dann besser. Das weiße. Ich spiele, ne? Ja, das war der Batsch, egal. Ich spiele, dass er alle wieder wegkommt. Sehr schön. Raben? Ja. Nordwesten? Röchten fallen. Kai? Ah, hier ist eine Falle. Ich spiele auch gerne in der Immo wie wild dahinter rum. Ich spiele auch gerne in der Immo wie wild dahinter rum. Oh, das Loch hier ist aber auch nicht schlecht. Jetzt sagt nicht, da kann ich durchschießen. Auf meiner Seite geht ein Fässer hoch. Hat jeden Bock? Ich spiele auch gerne in der Immo-Bounty. Die Bärenfalle liegt unten, wo wir reingekommen sind. Okay. Noch ein Fass. Im Osten. Spieler oben auf dem Dach. Tot? Nö. Lebt wieder. Einer drin. Die Deutschen sind auch noch ein Team. Zwei Spieler drüben auf dem Dach. Ich habe ein Auge getroffen. Ja, aber du bist tot. Naja. Wenn die Sniper-Waffen haben, dann will ich mit denen nie. Die sollen rankommen. So, ich guck mal. Eins, zwei, drei Spieler. Zwei drüben auf dem... Ja, und einer Südosten, oder? Zwei im Norden und einer im Osten. Nö. Ich glaube, die haben sie gerade gefunden. Ja, die haben sie schon die ganze Weile gefunden. Deswegen konnte ich den ersten jahrelang schießen. Aber solange die miteinander kämpfen... Umläuft. Irgendwo hier vorn. An der Mauer. So, die da drüben scheint für einen Moment vom Dach runter zu sein. Ich habe gegenüber was gehört. Ja, ich trau mich nie hier hoch, weil... Ach, ist clear soweit. Ja, die sind hinten... Die sind hinten das Dach runtergerutscht. Oh, Junge. Ah, links am... Der hat und hält das links am Dorf. Na, ich piek da nicht mehr. Naja, schön, dass du es nach dem zweiten Mal... Ich... Der könnte hinten reinkommen. Der eine ist am Zug. Hier. Ja, wurde erschossen. Hier wird es wahrscheinlich unten reinkommen. Nee, nee, kann sie nicht. Ja, doch. Das Feuer ist aus. Warte mal, da bin ich unten. Keine Sorge. Ist unten drin. Aber kann die reinkommen. Aber kann die reinkommen. Betroffen. So, ich kann nicht zwischen den Steinen durchschießen. Okay, gut. Jetzt noch. Metall. Der eine ist links unten und der andere ist ein bisschen weiter rechts. Ich brauche mal ein bisschen Munition. Hier oben. locken. Okay. Alles gut. Ich war schon weg! Ich war schon in die Ecke. Warum piekst denn du an Dauerhand? Ja, dann lass die doch kommen. Du bist doch schon zweimal gestorben. Ich habe dir das Geld gegeben, dass du weg kommst. Von dem Fenster da. Ich bin da weggekommen. Der ist tot. Siehst du noch was? Ja, noch drei Leute. Einen noch bei uns und die anderen zwei auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, das ist okay. Ja, die... Hast du nicht angezündet? Nee, wir kriegen Besuch. Einer ist auf die Leiter gegangen irgendwo. Frage. Einer hier ist hier hinter der Wand. Die anderen beiden. Mach mal jetzt das Tor auf, bitte. Ja, warte. Warte, warte, warte. Okay, das müsste so gehen. Haben wir irgendwo noch irgendwo Munition? Achso, Munition ist noch hier. Das ist Munition. Falle? Ja. Metall? Metall? Metall irgendwo hier auf meiner Seite? Der kommt hier oben. Ich bin blind. Ich auch. Ich bin blind. Ich bin blind. Wir haben gejtet. Oh nein. Ich bin blind. Ich bin blind. so haben wir noch was ja noch einer okay einer hier so warte mal jetzt erst mal die hier looten so eine pumpe aber die pumpe ist ja fast ich hab mir ja schon in die zone geholt so ich habe zwei sekunden noch ich habe noch zwei jetzt sind mal die leute hier an beide kriege ich nicht auf reiches anziehen aber doch was ist mit dem unten brennt er noch der brennt nicht mehr hat er wird aus dem wahrscheinlich könnte sein muss die na du hast kaum noch leben ist egal ich mache auf du gehst vor warte mal ich sehe ihn bleib drin bleib drin muss man näher ran okay er zieht sich zurück er sind das weiße haus er ist das weiß was er ist das weiß ich nicht ist das weiß ich nicht Scheiße, ich sehe nicht mehr. Hab ihn. Ah, die ist versteckt. Na dann, können wir raus. Was hat denn da für Waffen gehabt? Dead Eye. Oh, ne. Ja, mit Exit. Nice. Das haben wir uns jetzt aber auch verdient. Ja. Raustierisch, ganz schnell. Ich hab noch eine Sekunde. Denk mal, da wird nichts mehr. Ja. Ja, das andere Bounty ist raus. Und wir hatten ordentlich Besuch. Ja, ist frei. So, diesmal lief es also deutlich besser. Und ich muss einfach sagen, die PvP Fights in Han Shodan sind klasse. Die Intensität ist der Wahnsinn, gerade wenn man eben ein bisschen länger um das eigene Leben kämpfen kann und nicht sofort mit einem Headshot wieder in das Menü geschickt wird. Und ja, das ist cool und das ist um kein Deut schlechter oder weniger spannend als es geht vom Tarkov. Deswegen, ich genieße beide Spiele. Ich werde auch im Stream nach wie vor oder in nächster Zeit beides miteinander so wie es geht verbinden. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schaut in meinen Streams vorbei. Ich bin immer 20 Uhr live wochentags auf Twitch unterwegs. Sagt Hallo, habt eine schöne Zeit und natürlich gibt es auch hier demnächst mehr auf YouTube. Also, macht's gut.